Eine Sitzecke, komplett eingerichtete Schränke, der Nächste, eine reichlich gedeckte Tafel, die rund um sich durch den zweiten Speisesaal, den wir gefunden haben. Ansonsten hatten wir hier noch diese schöne Sitzecke. Der Kronleuchter hängt auch noch. Die ist echt groß. Wow. Alte Kutschen. Autos. Schöne alte Autos. Moin Moin. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, im Hintergrund gibt es heute wieder meine absolute Highlight Location für euch. Wir erkunden hier dieses riesige verlassene Schloss. Es soll noch jede Menge da sein. Es wird spannend. Wir sehen uns drin. Wir haben die Bücherei betreten. Mit Schaukelstuhl. Wie viele Bücher hier noch sind. Hier ist alles voll. Und so eine schöne Holztreppe. Die werden wir gleich auch mal hochgehen. Vielleicht ist da noch so ein Aufenthaltsraum. Ach nee, sogar da oben. Da sind auch Bücher. Johannes Mario Simmel. Liebe ist nur ein Wort. Leicht und lecker kochen. Hier nochmal ein kleiner Rundumblick durch die Bücherei. Und schaut mal, wie alt die Bücher hier unten sind. Boah, die zerfallen ja schon. Ich möchte die auch nicht anfassen, damit die nicht zerbröseln. Aber hier, die zum Beispiel. Weihnacht. Oder Frank T's Kathrine Winter. Mais Teufel. Ziel im Wind. So, aus der Bücherei gehen wir mit dieser schöne alte Treppe hier hoch. Oh, was haben wir hier? Ein Büro. Das sieht mal gut aus. Hier saß dann damals der Chef. Und noch so eine schicke alte Schreibmaschine. Tipp-Ex. Boah, das ist wieder ein toller Raum. Mit den Vorhängen, mit den Sesseln. Wunderschöne alte Schränke. Wow. Ich weiß gar nicht, wo ich die Kamera zuerst drauf halten soll. Hier haben wir noch schöne alte Bilder in schwarz-weiß. Tischdekoration. Der Rucksack ist von uns, nicht wundern. Noch für die Gäste ein Sesselchen. Und ein alter Tacker. Und so verlassen wir das Büro und widmen uns dem nächsten Raum. Unter dem Vorhang. Okay, dann wollen wir mal durch den Vorhang. Schaut euch das mal an. Ein schöner alter Flügel. Eine Sitzecke. Komplett eingerichtete Schränke. Eine wunderschöne Uhr. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst hingucken soll. Der Flügel ist ja wirklich mal absolut geil. Mhm. So, wollen wir mal testen. Oh, er funktioniert sogar noch. Verstimmt. Da muss nur der Techniker ran und dann geht das Teil wieder. Oh, der Kronleuchter hängt auch noch. Sitzecken. Das ist echt der Wahnsinn hier, Leute. Es ist alles noch da. So, der nächste. Oh, eine reichlich gedeckte Tafel. Alles noch bereit. Könnten sich jetzt die Gäste hinsetzen. Was futtern. Hier. Findet man noch aus Wasser und Röschen. Die Spindel, wo sie sich in ihren Finger sticht. Und noch so ein Schrank mit ganz, ganz viel altem Geschirr. Tassen. Rumtopf. Und eine kleine hübsche Teeküche, wo dann damals vielleicht die Angestellten das Essen zubereitet haben. Und dann hier serviert haben. Ich weiß nicht, wo ich zuerst die Kamera drauf halten soll. Schaut euch das nochmal an in der Komplettansicht. Einfach unglaublich. Vor allem, dass sowas hier Lust ist. Ich weiß nicht, wie lang wir schon hier sind. Bestimmt zwei, drei Stunden. Und wir haben vielleicht zehn Prozent gesehen. Vorbei an einer schönen Kunstblume. Ui, in den nächsten eingerichteten. Ach, hier hat jemand einen Schrank umgeworfen. Sowas muss ja wirklich nicht sein. Und da war noch so viel Geschirr drin. Mann, 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 Mann. Und noch ein kleines Piano. In der schönen Sitzecke. Funktioniert es noch? Nein. Nein, leider nicht. Schade. Das ist auch schön. Ansonsten hatten wir hier noch diese schöne Sitzecke. Toll. Mal schauen, was finden wir noch? Schöne Lampe. Ach, noch ein komplett eingeräumter Schrank mit jeder Menge Geschirr. Kommt man hier durch die Tür, erwartet einen so ein kleiner gruseliger Clown. Noch eine Kommode, ein Teekesselchen, Nagelset. Hier war vermutlich mal ein Messer drin, was geklaut wurde. Noch mehr Utensilien. Und eine kleine gemütliche Chill-Ecke im Eingang. Und es geht in alle Richtungen weiter. Das Gebäude hier ist so unglaublich groß. Und so viel Einrichtung. Ach. Äh. Noch ein Flügel? Wie viel Flügel haben wir denn hier gehabt? Zwei. Und ein Piano. Genau. Flügel, Piano. Ich mach euch mal ein bisschen Licht. Die Tafel hier ist diesmal nicht gedeckt. Aber hier haben wir noch eine schöne alte Flasche mit Olivenöl. Auch noch wieder der Schrank komplett voll mit Gläsern. Noch eine Flasche Olivenöl. Das sieht aber schon ziemlich gammelig aus. Mal hier rund um sich durch den zweiten Speisesaal, den wir gefunden haben. Mit dem zweiten Piano. Und noch ein weiterer eingerichteter Schrank. Eine gemütliche Sitzecke. An jeder Ecke erwartet hier eine neue Überraschung. Was für eine tolle Location. Und dann verlassen wir das wunderschöne zweite Speisezimmer. Mit dem zweiten Flügel. Mit natürlichem Verfall. So was liebe ich ja. Weiter geht's. Mal sehen was noch alles auf uns wartet. Noch die Sitzecke. Oh, schick. Ein Holzschiff. Mhm. Das ist die Kathi Stark von 1869. Weiter durch die endlos langen Gänge. Vorbei an Einrichtungen. In jedem Raum wo man reinguckt, gibt's irgendwas zu entdecken. Hier haben wir noch einen weiteren Bürotrakt. Mit großem alten Kopierer. Vierer Farbbänder für die Schreibmaschine. Wer kennt ihn nicht? Diesen Wäschekorb habe ich tatsächlich auch zu Hause. Ach. Und ein Pflüchei-Hörnchen. Mhm. Ja, die haben echt viele Büros hier gehabt. Oh, altes Radio, guck. Und ein ganz schönes Eltsradio. Wir treten jetzt die Krankenstation oder auch Dienstzimmer genannt. Hier haben wir noch jede Menge Mullbindenverbände. Aber das ist auch Schönheitsgedönse hier. Fußbadesalz, Penatenöl, Klosterfrau Melissengeist oder wie der Stoff sonst heißt. Kennt ihr das Lied? Insulinspritzen. Okay. Insulinspritzen. Ein Reisel. Ein Föhn. Nochmal ein kleiner Rundumblick durchs Krankenzimmer bzw. Dienstzimmer. Vorbei an den Schränken voll mit medizinischer Ausrüstung wie Beatmungsgerät, Mullbinden, Verbände. Und mit einem letzten Blick hinter mich auf das Dienstzimmer, Arztzimmer, Versorgungs- und Schönheitszimmer. So, raus hier und weiter geht's. Wieder am Haupteingang angekommen. Nehmen wir jetzt diese wunderschöne riesige Holztreppe in die nächstoberen Etagen. Mal gucken, was uns dort noch erwartet. Das Bett hier sieht noch mal älter aus. Das könnte noch aus der damaligen Zeit sein, wo die eigentlichen Schlossherren hier gewohnt haben. Und das Kunstplanze haben wir auch noch. Und ansonsten hier diesen Aufenthaltsraum mit den schönen, gemütlichen Ledersesseln. Denkst du das immer rum? Die laden doch einen zum Platz nehmen. Denkst du das immer rum? Könnte sein, ja. Mit dem rötlichen Stich. Diese Ledersessel, ne? Die sind sowas von gemütlich. Boah. Vor allem wenn man so sitzt wie du. Man könnte sich zurücklehnen und einschlafen. Was meint ihr? Hier könnte man doch mal eine Oberleit starten, oder? Na ja, wollen wir mal aufstehen und weitergehen. Auf in die nächste Etage. Die Tür hier, die hält aber glaube ich auch noch aus Gewohnheit. Wie man sieht, die obere Etage hier ist schon echt gut durchgeschimmelt. Und die Luft ist auch ziemlich schlecht. Deswegen gucken wir, dass wir hier schnell wieder runterkommen. Die obere Etage verlassen. Über diese schöne alte Holztreppe. Wir sind in der Eingangshalle angekommen. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, wo wir lang müssen. Hier verläuft man sich echt schnell, weil das alles verdammt groß ist hier. Und viele, viele, viele Treppenhäuser. Nach unten, nach oben. Wir begeben uns Richtung Küche. Ist das nur ein Coca Cola? Ach ne, ein Coca Cola Flur. Schaut euch das mal an. Was haben wir hier noch? Auch noch Möbel ohne Ende. Hier wurde eingelagert scheinbar. Ach, da haben wir den Besitzer vom Schloss. Hier muss ich wahrscheinlich pixel. Nicht zeigen. Ich pixel. Was steht da? Was steht da? Wir... Wir wollen jetzt unsere erste große Reise nach Bayern antreten. Wenn das eine... War das eine Aufregung? War das eine Aufregung und Freude. Mit dem blauen Enzian fuhren wir am 6.7. um 6.45 Uhr los. Ach, der blaue Enzian ist wahrscheinlich er hier. Der Zug. Aber das ist ein Tagebuch. Ja. Guck mal. Tagebuch. Ach ja. Ganz altes Tagebuch. Das ist so schön. Schöne Schwarz-Weiß-Fotos. Blick vor dem Kinderzimmer. Das dürfte hier sein. Ah, herrlich. Wenn man mal genauer in die Ecken guckt. Hier, ein alter Spielerautomat. Wie cool ist das denn? Wie heißt der? Print? Ich kann es nicht lesen. Steht hier um die Ecke. Auf jeden Fall noch so ein altes Arcade-Game. Der wird bestimmt noch funktionieren, wenn man ihn einstöpselt. So. Den Raum mit den Fotoalben verlassen. Wieder auf dem Coca-Cola-Flur. Zeige ich euch mal. Hier so eine Cola-Laterne. Die sehen ja cool aus. So eine hätte ich auch gern. Es steht alles voll damit. Und wenn wir weitergehen, kommen wir zu einer Theke. Und noch so ein Raum mit ganz vielen gröselen Kuscheltieren. Ein eingerichteter Bücherschrank. Und ein Home-Trainer. Wir betreten die Küche. Alles noch da. Ist sogar Lebensmittel noch in den Schränken drin. Mikrowellen. Große. Eine Spülmaschine dürfte das sein. Oh ja. Die ist echt groß. Wow. Mit kleiner gemütlicher Essecke. Hier haben wir noch Warmhaltebehälter. Und ein ganzer Schrank voller Küchengeräte. Die sind aber auch steiner als schon. Richtig coole Waage. Und irgendwie wieder Mixer. Funktioniert sie noch? Ja, sie funktioniert. Weißt du, wonach das aussieht? Sieht nach Zuckerwattenmaschine. Ja, ne? Im Prähistorik quasi. Genau. Weil die sehen ja auch so schüsselmäßig aus. Obwohl die geht nach unten, ist die auf. Aber vielleicht gehört da ein Behälter drunter. Hm. Spannend. Noch mehr Einrichtungen. Die sind aber bestimmt im Nächt. Ja. Hier haben wir noch Gewürze. Waschenlöcher. Ah. Ein riesiger Kochtopf. Mit Schwenkfunktion, dass man kippen konnte in einen anderen Behälter. Schwer. So wird mit Feuer gepackt. Warte mal ein Grill. Geh weg. Sehr stark. Und dann waren die Kochplatten. Schön. Noch ein Speck. Ach, hier haben wir noch große Öfen. Wow. Zucker, Salz, Mehl. Das ist wieder so ein Ort. Egal in welche Ecke man guckt. Man findet überall was Neues. Wir verlassen die Küche. Noch mal in so einem schönen Cola-Teil hier vorbei. Weiter geht's. Das sieht echt nach so Geo- oder Braukesseln aus. Also... Genau, eine Vogel-Voliere steht auch noch dort. Jo Leute, also wenn ihr eine Idee habt, was das für Teile hier sind, ihr wisst Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Am Creepy-Kerl vorbei. Wieder zu unserem Ausgang. Jetzt befinden wir uns hier in den Außenbereichen des Schlosses. Und hier wurde wohl irgendwo noch eine coole Entdeckung gemacht. Ich muss mal gucken, wo. Ah, hier haben wir noch eine Gärtnerei. Mit meiner großen Flasche... ...Kohl. Isopropanol. Und Gewächshäuser. Oh, alles vertrocknet. Aber es ist immer noch warm hier drin. Und raus aus dem Gewächshaus. Weiter geht's. Hier wurde eine Entdeckung gemacht. Bin ich mal gespannt. Ach, ne. Ja, doch. Wow. Alte Kutschen. Die sind nun mal toll. Wie alt die wohl sind. Ach, ist das schön. Egal in welches Gebäude man hier guckt, es gibt irgendwo immer noch eine kleine Überraschung. Wir verlassen die Scheune mit den hübschen Kutschen. Hinter mir nochmal das Gewächshaus. Und ja, jetzt suchen wir noch die Garage. Es soll noch einige alte Limousinen geben. Oh, spannend. Was glaubt ihr, befindet sich hinter dieser Tür? So, ich zeig's euch noch nicht. Einen Moment müsst ihr noch warten. Und... Autos. Schöne alte Autos. Was meint ihr, ist das ein Jaguar oder ein BMW? Ich kann's grad nicht richtig erkennen. Shame. Stretchlimos. Und das Steuer ist auf der rechten Seite. Bei ihnen ja auch. Das bedeutet, das müssen US-Importe sein. Wollen wir mal schauen, welcher Hersteller... Deiner. Limousine bei... Hmm... Okay. Boah, schick. Schade, dass die Embleme vorne schon geklaut wurden. Wollen wir mal schauen, ob das auch auf ist, das Auto. Ob wir auch uns mal reinsetzen können. Ui, ist es auf. Wir setzen uns mal rein. So. Einmal einsteigen. Also ganz ehrlich, hat schon was. Aber obwohl, irgendwie ist das denn ganz schön klein. Ich bin ja nicht sonderlich groß, aber ich stoße hier auch schon fast an die Decke. Wir haben mal sechs Leute hinten reingepasst, plus Fahrer und Beifahrer. Boah. Geil. Wirklich geil. Und dann haben wir hier dieses Schiebefenster, was man kennt, wo man mit dem Fahrer sprechen konnte. Ja. Und bringen Sie mich bitte einmal nach Entenhausen. Nö. Nö? Was, dein Service hier? Das gibt's doch gar nicht. Ne. Aber ja. Dann wird das hier von der Herrscherfamilie, sagen wir mal, der Fuhrpark gewesen sein. Neben den Kutschen, die wir schon gesehen haben. So. Ich hatte euch ja gerade erzählt, dass das hier ein Daimler wäre. Stimmt aber nicht. Das ist ein Jaguar. Hier war das Emblem. Und hier nochmal zu lesen. Jaguar Security System. Das Emblem haben sie leider schon geklaut. Und wenn wir mal beim zweiten gucken. Hier steht zwar Daimler. Aber hier auch. Jaguar Security System. Und das Jaguar Logo, was wieder fehlt. Hm. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Kann es sein, dass Daimler in den USA auch für Jaguar produziert? Ich bin gerade ein wenig überfragt. Weil auf den Autos selber steht überall Daimler. Aber gleichzeitig auch Jaguar. Und Jaguar Embleme waren auch drauf. Und wenn wir uns mal die Front anschauen. Hier sieht man noch die Ohren. Hier war auch mein Jaguar dran. Hm. Jetzt bin ich ein wenig verunsichert. Wenn ihr es wisst, klärt mich gerne auf. Wie gesagt, das sind US-Importe. Es könnte sein, dass Daimler in den USA mit Jaguar zusammenarbeitet und dann quasi sie gebaut hat. Wie und wie es sich gehört, wenn wir uns hier von den Autos verabschieden, machen wir natürlich die Tür wieder zu. Und hinterlassen alles so, wie wir es vorgefunden haben. Wie wir es vorgefunden haben. Steinchen wieder davor. Und mit dem wunderschönen riesigen Schloss im Hintergrund beenden wir auch das Video an dieser Stelle. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.